Nach den drei Jungs Brooklyn, Romeo und Cruise kommt im Jahr 2011 Tochter Harper Seven zur Welt. Als Nesthäkchen scheint sie die Prinzessin im Hause Beckham zu sein. Dank ihrer Mutter Victoria, die als Modedesignerin arbeitet, ist sie quasi in der ersten Reihe der Laufstege aufgewachsen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie sich gut mit Vogue-Legende Anna Wintour versteht. Harpers größter Fan scheint allerdings Papa David zu sein. Wann immer man die beiden sieht, haben sie eine gute Zeit und mächtig Spaß. Im Moment ist der Beckham-Clan in Paris anlässlich der Fashion Week unterwegs. Und hier wird auch deutlich, dass die kleine Harper Seven längst kein Kleinkind mehr ist. Im Gegenteil, aus ihr ist ein echter Teenager geworden. Beim Verlassen ihres Hotels fällt auf, dass ihr nicht mehr viel fehlt, bis sie so groß ist wie Mama Victoria. Auch der Stil der Elfjährigen ist alles andere als kindlich. Lässige Sneaker, Boyfriend-Jeans und Oversize-Pullover. Früher hat sie ihre Haare zu Zöpfen und eher Kleidchen getragen. Die Frisur von damals darf es heute aber auch manchmal noch sein. Nur das Verhalten des Teenagers ist beinahe etwas untypisch. So geht Harper Hand in Hand mit ihrem Papa durch die Pariser Straßen. Nichts da mit wechselhaften Launen. Auch mit seinen Brüdern versteht sich das Nesthäkchen bestens. Und so entsteht diese Aufnahme mit Brooklyn.